Herzlich willkommen zu dieser besonderen geführten Meditation, untermalt mit der Solvedge Frequenz 528 Hertz. Diese Frequenz wird oft als Frequenz der Transformation und der Liebe bezeichnet und ist bekannt für ihre beruhigenden und harmonisierenden Klänge. Die 528 Hertz gilt in den musikalischen und spirituellen Traditionen als besonders wirkungsvoll. Man sagt, sie könne helfen, negative Energien zu transformieren und ein Gefühl von innerem Frieden zu fördern. Einige Menschen empfinden diese Frequenz als unterstützend dabei, das Herz zu öffnen und eine tiefere Verbindung zu sich selbst und zur Welt um sich herum herzustellen. Während dieser Meditation wirst du von den sanften Schwingungen der 528 Hertz begleitet. Lasse die Klänge auf dich wirken und spüre, wie sie dich in einen Zustand tiefer Entspannung und Präsenz führen. Erlaube dir, alle Gedanken und Sorgen loszulassen und dich vollständig dem gegenwärtigen Moment hinzugeben. Während dich die Musik umhüllt, stell dir vor, wie die Schwingungen der 528 Hertz jede Zelle deines Körpers erreichen und sie mit positiver Energie erfüllen und Harmonie herstellen. Spüre die Verbindung zwischen deinem Atem, deinem Herzschlag und den Klängen, die dich begleiten. Bist du bereit, dich auf diese Reise zu begeben? Dann lass uns gemeinsam eintauchen in die Welt der Klänge und die heilsame Wirkung. Der soll Veggio Frequenz 528 Hertz erleben. Wenn du dich mehr für die eigene Transformation interessierst, besuch gern unsere Website immerwelt.org. Dort findest du neben vielen anderen Meditationen und Affirmationen unseren Kurs IMA Transformation Challenge. Schau gern mal rein, wir freuen uns. Finde einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Setze dich bequem hin oder lege dich entspannt hin. Schließe sanft deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug. Atme langsam durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Lasse mit jedem Ausatmen alle Spannungen los. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Spüre, wie er Kontakt mit dem Untergrund hat. Fühle das Gewicht deines Körpers, wie er von der Schwerkraft gehalten wird. Und nimm wahr, wie deine Kleidung auf deiner Haut liegt. Die Temperatur der Luft um dich herum. Bring nun deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Ohne ihn zu beeinflussen, beobachte einfach das natürliche Ein- und Ausströmen der Luft. Spüre, wie sich dein Bauch beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Jeder Atemzug bringt dich tiefer in den Moment. Wenn Gedanken auftauchen, nimm sie wahr, ohne sie zu bewerten. Stell dir vor, sie sind wie Wolken am Himmel, die vorbeiziehen. Du brauchst ihnen nicht zu folgen. Lass sie einfach weiterziehen und bring deine Aufmerksamkeit sanft zurück zu deinem Atem. Beginne nun eine Reise durch deinen Körper. Spüre deine Zehen, die Fußsohlen, deine Fersen. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit über deine Knöchel, Schienbeine und Waden bis zu deinen Knien und Oberschenkeln. Lasse jede Spannung los. Fühle die Verbindung deines Beckens mit dem Untergrund. Spüre deinen Unterleib, wie er sich mit jedem Atemzug bewegt. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit den Rücken hinauf. Spüre die Wirbelsäule. Lass Spannungen in den Muskeln los. Nimm wahr, wie sich deine Schultern anfühlen. Lass sie nach unten senken. Spüre deine Oberarme, Ellbogen, Unterarme bis hin zu deinen Händen. und Fingern. Vielleicht fühlst du ein Kribbeln oder Pulsieren. Nimm es einfach wahr. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Nacken. Lasse alle Spannungen los. Spüre deinen Kopf. Spüre deinen Kopf, die Kopfhaut, das Gesicht. Entspanne deine Stirn, deine Augen und deinen Kiefer. Öffne nun deine Aufmerksamkeit für die Geräusche um dich herum. Nimm sie wahr, ohne sie zu bewerten. Spüre den Raum, in dem du dich befindest. Fühle den Rhythmus deines Atems, die Lebendigkeit deines Körpers. Erlaube dir vollständig im Hier und Jetzt zu sein. Es gibt nichts anderes als diesen Moment. Spüre die Ruhe und den Frieden, der daraus entsteht. Lass alle Gedanken an Vergangenheit und Zukunft los. Spüre die Ruhe und den Frieden, der daraus entsteht. Spüre die Ruhe und den Frieden. 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 Wiederhole in Gedanken sanft folgende Sätze. Spüre die Ruhe und den Frieden. 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 Ich bin. Ich bin hier. Ich bin präsent. Ich bin verbunden mit dem Moment. Ich bin. Ich bin. Bleibe noch einen Moment in diesem Zustand der Präsent. Und wenn du bereit bist, nimm einen tiefen Atemzug. Beginnend langsam deine Finger und Zehen zu bewegen. Strecke dich sanft. Und öffne langsam deine Augen und nimm den Raum um dich herum wahr. Nimm dir Zeit, um das Gefühl der Ruhe und Präsenz zu genießen. Trage dieses Bewusstsein mit in deinen Tag und erinnere dich daran, dass du jederzeit zu diesem Moment der Achtsamkeit zurückkehren kannst. Namaskaram Wissen W— WFI Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020